Er öffnete die Mappe aus Karton, die er neben das Telefon gelegt hatte, und nahm das Buch heraus. Er begann, in der Flaneur zu Pferd zu blättern. Es war der neuere Nachdruck eines Werkes, dessen Copyright aus der Vorkriegszeit stammte. Wie konnte Gilles Ottolini die Dreistigkeit besitzen oder die Naivität und sich als seinen Autor ausgeben? Er klappte das Buch zu und warf einen Blick auf die Blätter vor sich. Beim ersten Lesen hatte er Sätze übersprungen, wegen der viel zu eng zusammengedrängten Buchstaben. Wieder tanzten die Wörter. Ganz offensichtlich standen da noch andere Details, Agnès Traum betreffend, doch er war zu müde, um sie zur Kenntnis zu nehmen. Das würde er später tun, am Nachmittag, in aller Ruhe. Es sei denn, er beschloss, diese Seiten, eine nach der anderen zu zerreißen. Ja, das konnte er später entscheiden. Als er die Akte in die Mappe aus Carton zurücklegte, fiel sein Blick auf das Kinderfoto, das er vergessen hatte. Er las auf der Rückseite drei Automatenbilder, nicht identifiziertes Kind, Durchsuchung und Verhaftung Astran-Ani, Grenzübergang Ventimilia, Montag, 21. Juli 1952. Ja, es war tatsächlich die Vergrößerung eines Automatenbildes, wie er sich das gestern Nachmittag in dem Zimmer in der Rüde Charonne gedacht hatte. Er konnte seinen Blick nicht losreißen von dieser Fotografie, und er fragte sich, warum er sie zwischen den Blättern der Akte vergessen hatte. War sie etwas, was ihn störte? Ein Beweisstück, wie man in der Rechtssprache sagt, dass er Daragan gern aus seinem Gedächtnis verdrängt hätte? Er spürte eine Art Schwindel, ein Kribbeln an den Haarwurzeln. Dieses Kind, von vielen Jahrzehnten in so graue Ferne gerückt, dass ein Fremder aus ihm wurde, nun musste er sich's eingestehen. Das war er. In einem anderen Herbst, als jenem mit dem Sonntag in Le Tremblay, einem genauso fernen Herbst, hatte Daragan einen Brief bekommen, an den Squard du Grésivaudan. Er ging an der Loge der Concierge vorüber, als diese gerade die Post verteilen wollte. Ich nehme an, Jean Daragan, das sind Sie. Und sie reichte ihm einen Brief, auf dessen Umschlag in blauer Tinte sein Name geschrieben stand. Er hatte noch nie Post an dieser Adresse bekommen. Er kannte die Schrift nicht, eine sehr große Schrift, die den ganzen Umschlag bedeckte, Jean Daragan, 8 Squard du Grésivaudan, Paris. Es war nicht mehr genug Platz übrig gewesen für die Nummer des Arrondissements. Auf der Rückseite des Umschlags ein Name und eine Adresse. A. Astran, 18 Rue Alfred de Danque, Paris. Eine Weile erinnerte ihn dieser Name an gar nichts. Wegen des Anfangsbuchstabens A, hinter dem sich der Vorname verbarg. Später sagte er sich, er habe etwas geahnt, denn er zögerte, den Brief zu öffnen. Er ging bis an die Grenze zu Neuilly und Le Valois, in jene Zone, wo man zwei oder drei Jahre später die Autowerkstätten und niedrigen Häuser abreißen würde, um den Peripherik zu bauen. A. Astran, wieso hatte er nicht augenblicklich verstanden, um wen es sich handelte? Er machte Kehrt und betrat ein Café, unten in einem der Häuserblocks. Er setzte sich, zog den Brief aus der Tasche, bestellte einen Orangensaft und bat um ein Messer. Er öffnete den Brief mit Hilfe des Messers, denn er fürchtete, würde er einfach die Finger dazu nehmen, dann könnte er die Adresse auf der Rückseite des Umschlags zerreißen. Dieser enthielt nur drei Automatenbilder. und er waren die Vielen Dank.